So, jetzt muss ich mal gucken, was hatte ich denn hier noch? Ich wollte die Items, ach ja. Oh! Oh, cool! Ja, das macht 20... Das macht gar nicht mal so wenig, das komische Buch. Hab ich gut gefunden, ne? Hier, muss ich das hier haben. Der ist sogar echt gut. Irgendeinen Wend gegeben. Freut mich aber nicht genau welchen. Einen. Oh, ich sehe was tolles. Was ist so tolles? Ach so. Oh, Quick-Stack. Musketenbälle. Ich hab bestimmt auch ein paar verloren, als ich in der Lava... Äh... Glückwunsch. Wir brauchen mehr Tethered Cloth. Hab ich nichts? Ja, nix. Oh, hier hörte ich noch was. Oh, hab ich jetzt endlich mal alles? Nein, immer noch nicht. Noch mehr Bilder. Ist doch eine Walls, oder? Genau, hier kommen Walls rein. Oh, wir müssen noch hart aufräumen. Oh, wir müssen noch hart aufräumen, hab ich gehört. Bauen. So, eben vor sind doch die Materialien. Äh... 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 Ist kein Material, ist ein anderer Scheiß. Letzt... Endet... Ach... Weg. Auch weg. Läuft damit, das ist immer nervig. Aha. jetzt mit magic sachen anfangen ich dachte wir haben jetzt die klassen und natürlich auch wenn mini scha kaufen können oder soll ich bleibe ich bleibe dabei ich habe nur die sachen ausprobiert die gerade in meinem inventar war es kino wo gehört das denn hin das gehört hier unten in die kiste stimmt das war dieses ding was der monster ja verfolgt und lass es das ist super neffig macht keinen schaden super neffig kannst du kontrollieren? das ist ja cool ähm daaa nö komm scheiß drauf guck jetzt hier rein also wie das ding hier material mat mat material mat mat material ich hab schon wieder vergessen wo es ist so klug wie ich bin ich bin k l u k so klug so klug da wir jetzt hin ok hm komm weg komm weg sooo jetzt erstmal gucken housing alter es gibt so viele mpcs mittlerweile aber ähm nö hier wo ist denn wo ist denn da wollte ich noch haben alle gehören theoretisch gesehen wo ich nicht dran kann wo sind schon wieder die ganzen kisten in welcher kiste in der bambi kiste oder? hm ach nö doch nicht doch nicht aber kommt trotzdem hier rein so einfach noch aufgestellt ähm was wollte ich denn jetzt? ich weiß wieder ähm was hast du jetzt getan? man kann deinen namen lesen ich wollte es nur sagen tschüss 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 ähm da ähm geidi geidi wie hast du nochmal bradley? bradley sag mal an wenn ich craften will und das hier habe ja ähm ja blingkrut honglow eigentlich der mit? womit? ich habe ja gerade 20 leben bekommen ich weiß aber nicht ob derjenige was gegessen hat oder? ich habe was gegessen ähm schade ähm 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 jetzt wird es wieder ähm nope nope Sonne neben von der Blumenkiste, muss ich irgendwo sagen. Stech hier. Oh Gott. Ah. Blinkroot Seeds haben wir welche? Ja, nicht Blinkroot. Doch, Blinkroot, oder? Hatte ich gerade Blinkroot gesagt? Moment, halt jetzt. So, ich bin jetzt aber noch ein bisschen raus. Ja. Danke. Redlay. Danke fürs Wiederholen. Yo, yo. Ah, war sogar richtig. Blinkroot. Ich bin wieder. Yo, Tschöder. Äh. User disconnected from your channel. Wie funktioniert Blinkroot-Planting? Ist doch bestimmt was schwieriger. Gehen wir bestimmt eben zu einer Voraussetzung mit dunkler Gegend. in dunkle Gegenden, oder so. Vorerst mache ich aber trotzdem was anderes. Und zwar... Unglau. Und das jede Menge davon. Und da geht's. Und da geht's. Unglau. Seeds. Und da dahin. Da fällt noch ein. So, die muss ich den weg machen. Die bleiben weg machen. So, die Reihe ist bepflanzt. Noch alles weg hier. Mehr Pflanzen. Mehr, mehr, mehr. Mehr, 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 mehr. Ja, ich guck mal, dass ich uns jetzt so langsam die Spelunky Portions schon mal an den Start kriege. Hm, war dann nicht irgendwann mit Gold? Ja, genau. Goldohr, dann Blinkroot Seeds. Äh, ne, war das jetzt jetzt Blinkroot und halt... ...Monglor. Bitte? Und was kriegst du daraus? Spelunky Portions. Hm? Spelunky Portions. Was halt hier, Schatt, die Dinger in Wände und so glitzern. Äh, wenn man das schön sieht. So, dann gucken wir doch einfach mal, haben wir irgendwo noch Clay? Äh, wir haben kein Clay mehr, das ist schlecht. Habe ich einfach noch Clayplöte? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Nope. Ich muss Clay suchen. Oh, der war knapp. Hätte ich jetzt nicht einfach was für euch tut gewesen. Hätte ich jetzt nicht einfach was für euch tut gewesen. Kommt der jetzt echt hier hoch. Blödes Vieh. Hau ab. Ach. Ach, das ist das Ding, das möchte ich nicht. Äh. Da. Oh. Alter. Gefährlich hier. Okay, wenn's dunkel ist auf jeden Fall. Alter, wir bauen dann hier so ne Gänge einfach straight nach unten ohne Schutz und alles, man. Oh. Oh, gefährlich. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Wie tief geht denn da? Was zum Trinken da? Oh. Nur zum Trinken. Ja, danke. Ich hab 20 Portions bei. Oh, was zum Trinken. es wird nicht weit gehen vielleicht noch rechts bauen kann man schon mal hier müssen gerade eben ich habe mich zu beschützen so wo so denn hier rechts ja ich habe ja ich habe keine fackeln ich habe die auszusehen gequickstickt ja ich habe auch noch keine kann dieser bumm jetzt nicht hochkommen danke die kiste ist für dich oder das mario feuer ding oder jetzt bist du da jetzt runtergegangen von eben oder bist du gleich geblieben da wäre wie sinnvoll das versucht noch an der ebene zu halten dann muss man doch keinen schritt machen oder so also ganz muss man auch immer machen aber ich erstmal hier weitergehen wo es denn da hat er bis ähm hier so ja gut warte oh warte jetzt habe ich mich vor mir selber erschraubt kein kommentar ich will nicht sprinten tschüss dann hau 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 Alter, spawn doch mal in mir, du Kackding. Alter. Alter! Ich glaube, ich muss mal meine Waffe gegstern. Oh, aber sie macht Schaden. Ich habe jetzt auch leider keine Sachen mehr. Nichts mehr zum Anbauen. Ich habe noch 50 Blöcke. Zack. Du kriegst Schaden, ne? Du kriegst Schaden. Wieso? Weil dieses Ding da Schaden macht. Geh raus da! Die Steine, die Steine machen Schaden hier. Die hier. Loll? Das sind Hellstormbricks. Vor allem, er steht da. Oh, ich esse mal was. Bleibt stehen. Muss ich gar nicht an den Schaden bringen. Na ja, blöd. Hier, jetzt geht der. Ja. Der kriegt... Ja, ja, ja. Ja, der hat ja seine Vor- Ein Muttonarmer. Ja, der hat ja seine Vor- Schnell, ja. Oh, leil. Wartest du denn da verfackeln? Nein, ich habe... ...jans geil und das Schild kombiniert. ...jans geil und das Schild kombiniert. Äh, fuck. Gleich sind meine letzten Blöcke weg, die ich im Moment habe. Aber ich kann doch genau das sein, oder? Natürlich nicht. Einer nicht. Also, gut. Das hier haben wir schönes. Stirb, Hase. Oh, hier sind immer so viele Kisten in diesen Räumen. Man sieht nichts. Dunkel. Haha, hab ich. Aua. Und da rein. Was ist das denn da? Das Treffen. Ne. Was ist das? Das ist ja zu allein. Das ist ja zu allein. Das ist ja zu allein. LoL. What the fuck? Gut, da sind... So, sagen wir mal. 었습니다. Sagen. Was? Da. Was istDear?